Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Tradition auf diesem YouTube-Kanal fortsetzend, beginnen wir die inzwischen 25. Kalenderwoche in diesem Jahr mit einem Blick auf den aktuellen Goldpreis. Und hier lohnt es sich heute, wie ich finde, einmal ganz besonders genauer hinzuschauen. Trotzdem würde ich sagen, dass wir die Charts heute einmal außen vor lassen. Das, was wichtig ist, das ist die Tatsache, dass der Goldpreis im Euro aktuell bei grob 1.790 Euro notiert. Und das ist insofern von Bedeutung, weil sich der Goldpreis in diesem Bereich dem seit November bestehenden Aufwärtstrend annähert. Im Klartext bedeutet das gute Kaufchancen, sehr gute Kaufchancen. Und so überrascht es kaum, dass die Händler eine deutlich gestiegene Edelmetallnachfrage melden, seit der Goldpreis nämlich unter die Marke von 1.800 Euro gefallen ist. Vereinzelt ist hier von einem etwa 50-prozentigen Nachfrageanstieg die Rede. Und dabei bewegen sich die Aufgelder im Durchschnitt noch immer bei rund 5% pro Unser Gold und zwischen 2 und 3% pro oder für einen 100 Gramm Goldbarren. Die Stimmung am Goldmarkt ist also trotz alledem noch immer neutral, weil weder von Überkauf noch von Überverkauf gesprochen werden kann. Insofern sich jetzt aus charttechnischer Sicht beurteilt, insofern sich der Goldpreis nun wieder in den Bereich oberhalb von 1.850 Euro bewegt, dann könnten auch wieder Impulse für nachhaltig steigende Kurse gegeben werden, respektive ein Trendwechsel. Und auf Dollarbasis, hier können wir dann vielleicht doch einmal kurz einen Chart einblenden, ist es so, dass das Niveau von 1.940 US-Dollar von Bedeutung ist. Denn wenn diese wichtige Marke unterschritten wird, dann könnten Rücksetzer bis grob 1.820 US-Dollar folgen. Noch sind wir davon zwar relativ weit entfernt, aber man sollte in jedem Fall nicht unterschätzen, wie die Käufer reagieren. Sollte der Goldpreis wirklich einmal so weit runtergeprügelt, um nicht zu sagen runtermanipuliert werden? Um das Gesagte jetzt einmal in aller Kürze verständlich, leicht verständlich zusammenzufassen. So wie ich das von der Chart-Technik und der allgemeinen Marktstimmung her sehe, haben wir aktuell gute Kaufkurse. Allerdings kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass die Kurse noch weiter fallen. Und zwar im schlimmsten Fall in den Bereich bis ganz grob gesprochen 1.700 Euro respektive 1.820 US-Dollar. Ich persönlich halte das zwar für unrealistisch, aber man macht einfach nichts verkehrt, indem man sukzessive den Sommer hindurch nachkauft. In jedem Fall macht man nichts verkehrt, jetzt zu kaufen. Und wer sein Gold lange genug hält, der macht ohnehin nie etwas verkehrt. Und es sollte auch immer im Hinterkopf behalten werden und das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen. Das sollte der Goldpreis wirklich so drastisch fallen, dass sich das dann auch entsprechend auf die Verfügbarkeit am physischen Markt auswirkt. Ja, auf Goldbarren, Goldmünzen in physischer Form und natürlich auch auf die Aufgelder. Wer hier zu lange wartet, der hat das Nachsehen. Und einmal ganz nebenbei bemerkt, freuen sich aktuell wohl die Zentralbanken ganz besonders über die günstigen Goldkurse. So hat beispielsweise die Türkei im Mai mehr als 13 Tonnen Gold importiert, was gegenüber Vormonat fast eine Verfünffachung ist. Man könnte schon fast sagen, dass man Gold aktuell mehr oder weniger geschenkt bekommt, wenn man bedenkt, dass allein die Produktionskosten inzwischen bei grob 1.300 US-Dollar die Unze liegen und beständig weiter ansteigen. Was sind dann 1.800 US-Dollar? Ja, also wirklich, das sind wirklich gute Kurse aktuell. Wie gesagt, alles Gesagte hier im Video, insbesondere zur Schachttechnik, ist meine persönliche Meinung und keine Empfehlung für einen Kauf oder Verkauf oder was auch immer. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt jetzt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Auf eure Einschätzungen bin ich wirklich sehr gespannt. Einstweilen, alles Wichtige zur Schachttechnik bei Edelmetallen. Technische Analyse, Fundamentalanalyse, das erfahrt ihr ausführlich in meinem Buch Jahrhundert Chance Silber. Es steht zwar Silber im Titel, aber es geht auch in sehr großen Teilen, sehr weiten Teilen um Gold und auch Platin wird zumindest gestreift. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir enorm weiter, weiterzumachen, noch viel mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieses Video hier und heute gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, habt eine gute Zeit, eine goldige Zeit, auf bald!